die das noch länger schon weronika 16 hat noch drei Geschwister in mich wie ja falls du noch essen hast kannst du mir die ruhig geben ja warte ich schau mal kurz nach ich bin eine Minute wieder da ich guck was kann man besser lassen nee ich glaube ich werde gleich das Team nur statt in Erstellung so viel habe ich jetzt auch nicht aber ich könnte dir egal wer das heißt nix stattdessen gleich wieder in zwei drei Minuten ist gleich wollen wir weiter aufnehmen hast du schon mit Bangaranger LP gesprochen ja will der mitmachen er will mitmachen aber ich muss noch euch fragen ob er mitmachen darf ja wie ist deine Stimme ja warte ich guck grad dein äh Dings durch bin nochmal kurz weg ich muss genau aufrauschen und so Stimme hören bis gleich ähm also mein Freund der möchte uns geht auch irgendwie gerne mitmachen oder ich glaube ich sehe was passiert ist für uns auf dann das lebt schon wieder gerne ab da ist schuld der Erste nur jetzt sind nur bei mir so oder bei mir auch okay was dem ist deine Stimme ist überhaupt geblieben ist echt m m m er könnte mitmachen nur ich guck mich grad sein 3bild Version 2 an ne sein Intro Gigi ja wir sehen wo der eine ganze Zeit nur ranzoomt in sein Korb ich guck grad so unter der Erde baut Kohle ab 15 FPS wie will er damit echtes aussehen i don't know i don't know i don't know i don't know hey wackelkontakt willst du mal ein Skelett vor deiner Nase haben nein das wollte er schon ah ich kann spielen ich weiß ich kann mal mit Holzsachen ja oh warte respektiert mich respektiert mich respektiert mich ey mein ich will ich dass mein Holzding ins Koffe kriegt ich streame auch gleich ah fuck wir können nach unten wie viel haltet der denn aus hier schau jetzt bloß auf den Schwert drauf Prozent das ist ein Frieserweitschwert mit dem das kannst du alles machen ja alles habe ich auch einfach mal gemacht ja alles und umsonst und jetzt sehen wir ich wollte mich nicht mehr weil er sich gut finde dass bei Copy hat immer nur bis 2013 steht heißt in 2014 ist Copy wird doch schon längst abgelaufen davon den Spielen oder stimmt nicht komm mal leer guck mal ich hab ein Geschenk für dich im Endeffekt ist doch abgelaufen oder ich hab auch ein Geschenk für dich ich nenne den ich michi und den normalen Game Desaster Michi Game Desaster Game Desaster ich hab auch ein Geschenk für dich Michi darf ich gut sagen ey ich bin unequemal 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 nein nein geh nicht auf mich du scheiß gelass ich bin gestorben ich hab ein ein bisschen flüssiger es war ich hab ein Stein Giant Sports komm her was meine Mutter ich hab ein Diamond Dingsbums wo oh mein Gott ich hab keine Ahnung was sie machen so so Spielern an das Spiel Penster wurde nicht gefunden nein ich bin es kein anderes Spiel Ding Spieldinger ich sag nur Rechert A B C D ich bin mal kurz weg die Tür hat geklopft aber ich habe das neue Spiel was ich hab sie tun ich bin ich bin ich bin ich bin Versuchen eine neue Rüstung zu bekommen verbinde ein PC du willst du willst du über den Playstation und spiel ein Game of Xbox oder Playstation qual-fi-fa und dann auch mal ein 413 bringen ich mache jetzt wo es mit 4 oa schluck auf nein ich schluck auf ich bin Wieso erkennt er das Spiel nicht? Weil er verhindert ist. Ja, kommt. Bitte. Ich brauche eine Hölle, komm, komm, bitte. Ist es genau wie das Spiel? Es erkennt Hexid nicht? Ne, wirklich. Hä, ja, was? Ist es genau wie bei mir, es findet Hexid nicht? Nein, ja, es findet das Spiel nicht. Das finde ich auch so. Also bei mir steht, ich muss es als Administrator erfüllen. Echt? Ja. Ich brauche kein Laubes. Guck, mein Programm ist so cool, es gibt mir Tipps. Ah, ja. Die werden jetzt gleich am Blacks gesehen, weil Blacks wie cool ist, Leute. Also so ist das Admin erfüllen, oder? Du musst das komplett neu starten, das Spiel. Eh, das Programm. Was Admin? Ja. Und? Es? Es geht nicht. Geht nicht. Ja, weißt du. Egal. Wenn jemand Adder hat, die kann er mir gerne schenken. Wie wird meine E-Mail-Adresse geschrieben, so? First World Problems. Was denn? Was denn? Was denn? Was denn? Was? 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 Meine Mutter. Yes, I found something. Was denn? Eine Hülle. Hey, spielt irgendjemand von euch, geht der Funk auf Playstation? Ja. Ah, hier hast du Franklin's Buffalo. Ja. Ich hab' mir auch voll aufgetrunken und... Oh, nee, ich... Ey, kannst du vielleicht blitzen mehr? Ich kenn' Glitch. Ich kenn' auch viel Glitch. Ich kenn' auch viel Glitch. Mit Geld, was... Jetzt kommt der Händler. Geld hab' ich 18 Mille, das reicht mir aber... Ich hab' gar kein Geld mehr, nix. Na dann, yes. Der wurde verarscht. Nein, ich wurde nicht verarscht. Nein, ich wurde nicht verarscht. Ich hab' ähm... Der wurde abgezogen. Nein, ich hab' ähm... Den... Den Geldglitch falsch gemacht. Ja, guck, hab' ich schon gesagt. Ja. Inkompetenz führt zu sowas. Wieso? Wieso geht das nicht? Inkompetenz halt. Mann, muss ich erst die E-Mail-Adresse aktivieren? Nein, nur so tun. Ich kann den Link schicken zu... Du... Ich brauch' das... Ich weiß, wie der gilt es geht mit dem Geld. Ich hab' ihn einfach nur zu lange zusammengemacht. Ich mag das auch. Ich mag das auch. Ich mag das auch. Kaufe ihn dir doch einfach. Ja, dann nicht kaufen. Äh, doch. Wie soll ich ihn denn sonst bekommen haben? Ich hab' ihn mir gekauft. Nein, geklickt. Du Mensch. Ich hab' ihn gekauft. Nein, 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 nein. Den konnte man kaufen nur zur Info. Das glaubst du selber nicht. Frag' mein Cousin. Wir haben zusammen. Und sie waren gekauft und direkt getunt. Bauf dir ein Eis damit. Das nächste kann man nicht kaufen. Ich kenn' das Spiel, seitdem's draußen ist. Denkst du dich nicht? Ich bin auf Level 130. Ich kenn' das. Seitdem das Spiel draußen ist. Ich will den Online-Modus seitdem's gibt. Ich will kalt hin. Oh, ich will eisen. Ja, wenn du das denn nicht brauchst. Ich kenn' das Spiel, seitdem du nicht mehr draußen warst. Oh, ja, eben. Ist auch gut. Oh, nein, jetzt hab' ich ja mich in meine Spitzer gegeben. Fuck. Ja, richtig so. So. Well played. Ach, ich muss mein Account erst mal freischalten. Wie immer, eigentlich. Du, Link via E-Mail senden. Dein Account wurde bestätigt. Ja, also, jetzt lass mich auch spielen. Jetzt geht's. Enter schon den 9 Minuten Multiplayer Gameplay von Watchdog. Gute Arbeit, Soldat. Bis zum nächsten Mal. In Skill. Jetzt. Das ist so richtig geil, Michi. in Skill. Wieso sind sie so viel creeper. Von mehr, komm, komm, komm. In Go. Man kann auch hier untersprechen. Ich kann nicht mit einem Controller spielen. Warum? Biggest game. Warum? Welches? Hallo welches? Skill! Hast du dich in die Hosen geschießen? Hast du in die Hosen geschießen, oder? Nee, auf Serbisch. Äh... Geschenken...